Das ist Crackerjack von Vulkan, 365 Days a Year Fireworks, Rattelband, 10 Pieces, Open here, steht da. Einmal die Rückseite, Kategorie F1, Knatterartikel, Preis und wo gekauft in der Beschreibung. So sehen die im Einzelnen aus. Leider nicht so eine Aufhängung, wie diese, die ich neulich hatte. Das fand ich ziemlich geil, aber gut, schauen wir mal, wie die sind. Das war's. Das war's.